ja und hi 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 und willkommen mein name ist dann die röder und ich begrüße euch zurück zu rettels of wesperia die definitive edition und da sind eine menge gegner ich glaube ich gehe mal kurz hier rein und wieder raus weil ich glaube nicht dass ich da vorbeikomme in der letzten folge sind wir durch den wald gegangen dessen namen mich nicht aussprechen kann und ja wir haben getroffen welchen nicht immer noch steuern und ja wir sind auf dem weg zu boah wie heißt die stadt haura hauri irgendwie so hat hallo so eine frage ist jetzt was ist hallo das hallo sind aus wie ruinen also vielleicht nicht ruin von schweik aus kann er durch und hier ist eine truhe magische sorge kann ich hier schon ganz durch oder orangen gummi gut da immer jemand versteckt gefunden also sehr gut das ist noch der truhe lässt mich den ganzen truhen liegen mein gott ja das ist jetzt nicht hallo also so wäre schon mal falsch was gut ist weil es erst mal falsch zu sein ist immer gut und weil sie wesens hier bin ich richtig macht das sinn ja ich weiß nicht ja ich versuche gerade irgendwie zu entziffern was ich gerade gesagt habe aber noch will ich die mühe so genau jedenfalls schon mal er hat den truhen vielleicht ist ja hier irgendwo in waffe oder so drin und ich kann mir einen zukünftigen einkauf sparen oder so da wäre schon mal richtig gut aber glück habe ich nicht mehr jetzt hier außer zbert geschoben wenn ich das schieben nein wir ziehen mit einer hand oder nirgends wo ein griffes oder so noch der truhe da oben geil dann geht man ja in dem neutron brustschutz das wäre erstell ja viel verteidigung da ist auch mal nicht schlecht für unsere heilerin weil ist ja eigentlich nicht auch irgendwie halbwegs hier physisch gut ja sehr viel weniger als jeder andere mehr verteidigung als jeder andere das ist richtig gut für ein heiler sehr gut stolz auf dich naja ich glaube da war es aber hier schon so an schätzen ne wird dann gehen wir zurück hier sind wir natürlich nicht richtig da kann man hier noch lang nennen und dann gehen wir wieder müssen ja noch gucken gerne wir sind ja auf den richtigen fahrt bleiben müssen ja noch flin suchen also es zählen muss noch flin suchen wir müssen mordi suchen und carol weiß er nicht was er machen will er will mit diesen karawanentypen geredet und der typ mit schiesa glaube ich meinte auch irgendwie sowas angedeutet haben so gigantum monster also ich nehme an damit haben wir auch irgendwie so nebenquests freigeschaltet dass wir so größere monster so wir kämpfen müssen irgendwie sowas oder wunder koch hier eigentlich jemand hat mich gefunden ich habe gewartet ich bin da wunder koch ich weiß nicht die welt such nach gourmet essen und reisen die gut speisen schützen normalerweise bin ich verkleidet ein keiner guter schweizen sollte mich trotzdem erkennen einen test sozusagen und wenn es aussieht bist du nach von he państ potenzial dafür belohne ich dich mit deinem rezept währenddessen auch der mit der bat von ein über hat steig ich gebe ja das zum üben reise zu zutaten für das rezept halten wir lieben zu messen bon appetit der ganze welt sind seltsame objekte verstreut der wunder koch kann als einzige objekte vergleich sein wenn du ihn findet selbst so ein rezept suche ihn auf deinen reisen naja ist genau wie einigen anderen tats aufspielen stop graces f hatte den wunder koch und details ob da bis auch irgendwie ein wunder koch ich weiß nicht oder symphonia weil sie nicht dass mich raten ich kann niemand oder passt durch das zieht weiter ich habe dem passiert schon 38 gut hier müssen wir auch nicht rein dann nehme ich mal wir müssen zu dieser ein stadtdorf was wir da als erstes gesehen haben ich habe mir hat gefährdet die karte so durchsichtig ist ich will mal gucken kann ich die weltkarte irgendwie so aufrufen und wie ging das doch wir machen wir machen genau gehen rein ich glaube ich war in jeder richtung schon die stadt der blüten hallo da hallo sag mal jemand den namen von dieser stadt also das ist ja hüttel hüttel ja du bist wie du bist ja wie man ist ja nach so hat er wir haben jetzt gerade aufgefallen ich kann sehen wann die zu ende gerät haben und wann nicht weil da unten rechts in der sprechbasis immer so ein kreis so kann ich dann immer wissen ob ein satz zu ende ist und damit ich nicht immer aus versehen irgendwie weg drücke bevor die irgendwie nicht zu ende gerät haben bei 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 meinem japanischen weichmann hat halt nicht mehr kann mich sozusagen danach richten ja wie ich 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 weiß nicht, aber es wird immer wieder geblieben. Oh! Was ist das? Entschuldigung, es gab es. Nein, nein! Es ist ein guter Mann. Es ist ein Frenn, oder? Es ist ein Frenn, oder? Es ist ein Frenn. Es ist ein Frenn. Was ich von der Stelle und Carol getrennt habe. Und dann später mal, Juri. Ich werde jetzt gucken, wie kann man die Weltkarte aufrufen? Irgendwie habe ich das ja mal gemacht. Da! okay da bin ich gerade weil ich hatte gelehrten aspo gestern buster eine gebiet wo ich gerade war mit den ruinen ja manchmal jetzt aus das bürgermeister von hallo er ist bestimmt schon richtig ne ich bin hier zum plündern magisches auge noch magisches auge noch kein bürgermeister die chance kommen juri ja warum nicht abgackt da geht es nicht rein okay raus hier genau meine party mitglieder machen ja natürlich wieder was zu wollen da geht es gar nicht mehr rechts und ja ich muss wieder hier dem papa spielen shop wir sind machtlos wir können nicht mal den menschen von hallo helfen ist der tod das tut weh jetzt wo es weg ist lässt du die barriere lässt sich erst zu schätzen sind einem blauen auge davon kommen aber die älteren okay barriere funktioniert nicht okay hier kann man hoch laden regulus sich so der wagen von ein fancy 15 hat auto der regale ane vater es ist so peinlich kann im bürger in dieser stadt nicht gegenüber treten wenn ich verletzt nein nein nur staffangst dann ist ja gut da ist so jetzt sind die kinder sich ein haus die im haus schutz gesucht haben aber mit diesen weisungen kann ich auch nicht in die gaststätte antrag dann trage ich dich da rein mit meiner meinen rechten armen das hier kann man gar nicht hoch hat man konnte dann hier hoch leute dann gehe ich eben ins gasthaus dann am beller hat der nebola ok tausend mal entschuldigung nirgendwo ist jemand jobs sind nicht besetzt mein gott ich weiß ihr seid alle verletzt und da probleme aber ich will ja was kaufen und dann habt ihr halt hier bereit zu stehen ok mein gott stellt euch jetzt mal nicht so an verschlossen da rufen und für gummi rufen der große baumfahrer sieht wirklich gigantisch aus er ist riesig zwischen den betten ja ich gehe für sowas zurück hohe ja wenn ihr eine ultimative waffe gewesen wäre dann dann wäre ich der kluge gewesen an alle porträt maler maler porträt maler wer glaubt den besten leuten halt zu können melde sich auf papier blätter und baum brände wir nehmen alles an der neue beiträger an der echte leute wir freuen uns auf eure kunstwerke wat kleine an spielung an den test für symfonia den ganzen post sagen ja von leute dass sie gesucht wurden auf Ich will also sagen, dass ihr euch an die Behandlung werdet? Wie ist das? Ich werde euch an die Behandlung für die Behandlung für die Behandlung. Ja, das ist auch wichtig. Ah, aber nicht so. Ich habe auch die Behandlung für die Behandlung. Ich habe keine Behandlung für das. Oh, ich habe keine Behandlung. Ich habe keine Ahnung. Danke, danke! Danke, danke! Nein, das ist wirklich... Nein, Haya. Es gab so viele Ärzte, aber... Ich würde mich nicht sagen, dass ich mich nicht sagen würde. Nein, das ist wirklich gut. Ich bin ein dummer Gäste. Ich möchte mich auch an den Kish-Dan. was das angeht weil das gedacht die leute von denen alle denken die sind gut denn irgendwie voll korrupt oder so was wir in tales of baiseria den exorzisten wenn du mal wenn das fliehen Wir sind auf der richtigen Spur. ich glaube ich habe wir einfach so warten werden oder die mittele sie kann krei war er hat sich darüber angeschlossen normale sortierung sei es muss auch irgendeine möglichkeit geben dem baum fern aber wenn nichts machen das ist jahre zeit der blüten schau aber es gibt gar keine bilden zum schauen und man sagt auch noch an das ist einfach zu viel ich habe schon wieder weggedruckt genau meinte ich habe warum ich auf den kreis geachtet vielleicht sollen wir ihn doch helfen weil er dreht irgendwie gerade durch wir nicht aufhalten bevor die sich abschlachten lassen war ihre belast ja nicht gut diese kurzen skitz sprechen wir sind verloren wir sind erledigt alles aus ja du lahn regulus regulus hand axt holz schläge lässt für den ganzen karol wir haben ja unsere fähigkeit gelernt so band die beiden können nur tragen weil ich vom mittag verkauft wenn ich das ich ausrüsten kann mit denen so ist eine neue fähigkeit rinne jawohl verarzt und ausweichen kohl kenne ich jetzt ab der balken ist nicht weiter okay ja sie kann auch schwer los wissen ja okay stimmt eigentlich oder als er muss noch sowieso sachen lernen bewegung weniger sehr viel mehr verteidigung also ja und ich kaufe mal hier noch so ein kettenpanzer wo ich warte erstmal ob er sich hier wieder uns anschließt wenn er sich anschließt ausgerüstet weiß hat ein fahrrad während aktivierte abwehr beim taumeln durch einen treffer niedergeschlagen zu werden wird im weg haben fünf prozent die erhöhung durch ausrüstung ist nicht betroffen ok gut kann man schon wieder neue sachen lernen gefällt mir sind überhaupt nicht angeschlagen dreck dass ich fassen dass man es angegriffen haben wieso funktioniert die barriere das ist ja nicht weiß ich auch nicht mal ich bin gerade erst hingekommen alter kumpel digga das haben so sachen an sich die groß sind dass man kann das ich habe ich habe die Ja, das stimmt. Wenn die Flügel blüht und sich die Stadt beschleunigt, dann ist es gut. Ich werde, bis die Flügel zurückkehren werden. Na, wenn man sich die Flügel wiederholen kann, dann kann man die Flügel wiederholen. Huh? Wenn die Flügel kommen, dann werden die Flügel wiederholen. Jetzt werden die Flügel wiederholen. die axt wer gerade mit der riesen axel Ich denke, es ist schwierig. Ich weiß nicht, dass ich die Begründung nicht verstanden habe. Karol, bitte mit Karol. Was ist das? Ich denke, dass die Begründung der Begründung die Begründung verstanden ist. Was ist das? Die Begründung der Begründung der Begründung auszultert. Ich weiß nicht, was ich. Ich bin in der Reise von der Begründung. Was ist das? Ich habe die Begründung von den Begründung. Du hast es gesehen? in der hallo noch hier dafür sind wir da wir glauben alles hittem notte anna sie erbauter war immer noch anna sie erbauter johannes ja nie alle war ich doch ich mache das ist der baumfang hallo ich glaube auch nicht so einfach wird dann sagst du nicht mit mir reisen warum weißt du eigentlich noch mal mit mir okay also wenn man los warum ist auch weil man so eben oder dann kaufen wir mal ein heimel trank und dann ist alles wieder okay aber der hat ich selber gemacht habe ich geld für den trank lauert wir haben so was leider nicht die hier in der runde sind sie an und nur noch und die 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 Was ist das Schmutz? aber da können wir noch jemand also als perfekt Oh, es ist eine Worte, aber es ist eine Worte. Ich denke, die Lururie ist, dass die Lururie ist. Ich verstehe, wenn ich die Worte wieder. Karol, ich gehe in den Kuo-I. Was? Ich habe gesagt, dass ich in den Kuo-I. Das war's für heute. wir packen das problem an der wurzeln was passt weil wir einen baum heil kann er hat sich der gruppe angeschlossen dann gucken wir mal auch die achse ausrüsten davon haben eine wohl genau kritisch klingt sehr gut stopp gar und ich habe ja noch nicht oder du mal dich neue bahn habe ich nicht doch nummer sie hat schon ganz schön viel verteidigung also immer immer auch gott wenn die chance kitchen schaden zuzufügen nicht gut ich stehe auf so passive sachen zum bürgermeister müssen wir sind da war noch nie mal drinnen quatsch und erst mal hier übernachten weil wenigstens gibt es vielleicht oder so weiß man ja nicht nehmen wir ja falls ich möchte heute schönen tag war der nix einigen spielen wenn er per übernachtung der bürgermeister übernachtung werden ja irgendwie denn jetzt ausgelöst hier ist nicht der bürgermeister so das ist ich habe das , wenn ich mich nicht das ist das ist so das ist 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 auf dem weg wird noch mal in den wald zurück da müssen wir wahrscheinlich gegen dieses große fett viechter kämpfende wo ist der wald doch noch mal gefährlich nahe auf da ist auch mehr da aber weiß ich halber speichern bevor wir da reingehen aber wenn den gegner da rein rennen auch noch und dann gucken wir mal noch gebacken kriegen hier die Ich habe das Gefühl, aber ich habe zwei... Ich habe auch Rapide, aber warum hast du Blastia? Eigentlich habe ich keine Brustia von Body Blastia. Ich habe auch Karol. Ich bin in der Gilde, aber ich habe die Möglichkeit. Die Blastia-Hacks ist die Gilde professionelle. Die Ruins Gate ist wegen der Ruins-Gate. Ich habe die Stahlsache, aber ich habe die Stahlsache, die die Blastia auszulie, die Blastia auszulie. Ja, ich habe die Stahlsache, dass die Blastia mit einem eigenen Blastia es zu verletzen. In der alten Welt, Blastia, die Blastia ist für die Möglichkeit und die Probleme, die Blastia zu verletzen. Wenn Blastia ist, dann kann man die Blastia auszuliehen. Ich denke, es wird kein Problem. weil man daran denkt dass es so viele monster gibt bei ich bin wunderschön und meine langweiligen haare an meinen reihenrassigen hund repeat besser kennenlernen ich bin kein und man so putzig da ist mir schon wieder gegen alle gegner kämpfen schon einmal zurückgerannt ja ich muss einige sachen hier lernen aber ich habe irgendwie angst vor dem nächsten boss kommt ich bin wieder carol nach diesem kampf das stimmt aber wir haben einen neuen angriff ich meine den hammer von denen an man kann aber nicht auswählen wer läuft also welcher charakter ja am laufen ist der gruppe da kann aber noch zwei angefangen okay dann haben wir jetzt wahrscheinlich noch später so war ein monster ja aber war repeat entschuldigung gott kannst meine neue art lernen aber richtig geil da können wir stimmt nicht hier durch ich glaube jetzt nicht gegen jedes einzelne monster ja schon wieder ich hab gedacht wenn ich irgendwie schulterknöpfe drücke wenn ich den hauptcharakter weg sind aber wahrscheinlich ich kann irgendwie nur winken wenn man r2 passiert nichts ich war noch nicht mal rumlaufen ich war nur l2 drücken dann kann ich schon den angriff hier machen ich bin auch meck zu implementieren okay weiß ja nicht vielleicht ist irgendeine funktion die ich noch nicht kenne oder so die man r1 kann man den hier machen das ist das hier wenn ich oben wenn ich links und rechts zurück auf den starken nämlich so drehst komisch egal so ja mal so eine frucht gefunden oder liegt eine wird dass so z was ich in wo Was? Ok Auf repeat setzt irgendwie aus Oh man Wir sind gerade fein speichelpunkt also ja wir halten ein bisschen abstand Nierfrucht Nierfrucht? Hier? Ich spreche mal hier und gucken ob unsere stinkbeutel hier ein buntbären anlocken kann ich nehmen wir an das ist kein buntbär weil das sieht nicht aus wie ein bär Ja Es ist riesig und dann macht mir angst Rüstert Hey 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 weggeflogen letzten zeitpunkt ich war gerade wo ich war peter hat und den jurika wird war dreck am boden hier geblieben ich gehe ihn einfach hier hin und wieder mal ein bisschen kochen worum ist mein jetzt hin um gut oder ich gerade gekocht habe aber schon perfekt na was geht ja nicht so bunt aus auch mit dem ding man hätte daten bitte schön mitgeworfen ist eine hachse ist nicht glatt ja so super 7 einmal bitte analysieren das ding ist bestimmt voll brutal stark 32.000 ja das ist schon mal nicht gut finger weg von der aber auch zu blocken bitte juri kümmert du dich um den bunt bären das wäre sehr gut alter kommt in der pfecher verleiher ich kann mir nicht vorstellen dass so stark ist wie sie eine typ alter die andere verbringen gar nichts gegen den da noch du kommst ja ich rede stehen da jetzt du weiß ich mal ein bisschen jetzt zurück dass die männer das macht so schön heilen juri ist tot warum sagt niemand liegt er da einfach am bodenmann wenn ich noch näher an ist er anpacken ja und einfach auf den drauf gesagt kaputt geht funktioniert auf jeden fall wir haben gestand war weiter aufbauen leute juli rein wenn er macht ihr voll bock stanz moment wenn man merkt dass juri tot ist ja gut haben wir vor der kontrolle sicher hat er nicht immer anderes noch drauf alter pass auf mann weg als in seine abwärts anrufe sind der aufwärts anrufe sind gar nicht so schlecht wenn er mich trifft dann tut er schon ganz schön wie lange kannst du noch blocken wie lange kannst du noch blocken alter einfach drauf haben einfach drauf haben ich bin überrascht hat funktioniert ich wollte jetzt noch juri losgehen juri hat nicht mitgeholfen so lp ich nehme an das sind hier für diese dinger hier zum lernen gut gemacht ja noch 100 erfahrungspunkte bekommen tila im komo fortgeschrittener jr 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 Ich kann nicht mehr auf die Kälte schützen, was ich nicht so gut... Es ist ein Wunder, was ich so gut für mich. Es ist so schön, die Kälte zu sehen. Es ist so schön, die Kälte zu sehen. Ich habe mich nicht so gut für mich, die Kälte zu sehen. Es ist so schön, der Kälte zu sehen. ja sowas von der lissop dieser truppe und bärenklau kapitel angeschlichen kann er es wagen jetzt geht es auf die nuss so was macht man nicht mit mir kommt er aus dem kampf aus und ist er hat gar keine dinge ist immer noch erleben hier geblieben diese grätsche da in die fresse erwarte ich komme auch ich komme ich komme auch was mich durch dacke aus wie am ein gott ich immer noch wissen was mit diesen dicken dingen da auf sich hat ich gehe mal kurz noch speichern und dann immer schon mal raus und in der nächsten folge geben wir dann mit zeugs ab du blöder ihr habt glück da diese kämpfe bock machen ich hätte aber gerne mal ein paar neue art mit carol habe ich nicht noch ja ich hab nur das objekt werfer gelernt gut gut gemacht wird jetzt kann er objekte auf andere charaktere werfen hier in das apfelgummi schickt jemand oder zu den drachen gedonnert wurde so läuft ab im kampf ich habe so gefühlt in diese bäume kann man irgendwie rein weil sie sehen irgendwie so klein aus als könnte man da irgendjemanden durchschleusen ja genau so heute sagen wir ich kann noch mal gegen kämpfen ich möchte in die fressor ich habe keine chance gegen diese monster ok ist nicht mehr zurück nee gut dann haben wir haben wir das auch erledigt und der nächste vorigeben ganze zeug mal ab und sehen wie es weitergeht in dem sinne sei ich vielen dank für zuschauer und ich habe euch hat der bat qualmen ja dann das noch mal ein lecker aber oder einen kommentar sehr lieb von euch und dann sehen wir uns in der nächsten folge